Was ist eigentlich der Behaviorismus? Was ist die sogenannte Blackbox? Was ist mit Reizreaktionsmodell gemeint? Und wie unterscheidet sich der Behaviorismus vom Kognitivismus? Dies und vieles mehr erfährst du im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Behaviorismus. Auf dem Erzieherkanal erscheint jede Woche mindestens ein Video rund um Themen des Erzieherberufs. Lasse gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und den Erzieherkanal zu unterstützen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Was ist der Behaviorismus? Der Begriff Behaviorismus entstammt von dem englischen Wort Behavior, was so viel wie Verhalten bedeutet. Als Behaviorismus wird das Konzept aus der Lernpsychologie bezeichnet, welches versucht, das Verhalten von Menschen oder auch Tieren zu untersuchen und zu erklären. Das Besondere beim Behaviorismus ist, dass dabei die Vorgänge ignoriert werden, die im menschlichen Gehirn ablaufen. Hier wird auch von der sogenannten Blackbox gesprochen. Aber dazu gleich mehr. Es zählt beim Behaviorismus nur der Reiz, der auf den Menschen trifft, und die Reaktion bzw. das Verhalten, welches der Mensch dann zeigt. Die inneren Prozesse des Menschen sind im Behaviorismus egal. Ein bekanntes Konzept aus dem Behaviorismus ist hier die Konditionierung. Hier wird zwischen der Operantenkonditionierung nach Skinner und der klassischen Konditionierung nach Pavlov unterschieden. Anhand dieser beiden Konzepte lässt sich unter anderem erklären, wie menschliches Verhalten beeinflusst werden kann. Ich verlinke dir in der Videobeschreibung zwei ausführliche Videos zu Operanten und zur klassischen Konditionierung. Schau dir diese doch nach diesem Video einmal an. Was ist mit der sogenannten Blackbox gemeint? Wie eben erwähnt, möchte der Behaviorismus das menschliche Verhalten untersuchen, ignoriert dabei aber die inneren Vorgänge des Menschen. Hier wird auch das Modell der Blackbox beschrieben. Als Blackbox bezeichnet man in diesem Kontext den Verarbeitungsprozess des Menschen von inneren und äußeren Reizen. Diese Blackbox umfasst psychische und kognitive Prozesse des Menschen und ist nicht wissenschaftlich messbar. Deshalb interessieren die Details den Behaviorismus nicht wirklich, weil sie eben von Mensch zu Mensch total unterschiedlich sind und nicht verallgemeinerbar. Im Endeffekt interessiert den Behavioristen nur, welcher Reiz auf einen Menschen trifft, welche Reaktion und Verhalten dieser zeigt und wie dieser Ablauf beeinflusst und manipuliert werden kann. Zur Erklärung des menschlichen Verhaltens wird hier von Reiz-Reaktionsmodellen gesprochen. Ein Reiz trifft auf die Blackbox, also den Verarbeitungsprozess des Menschen. Dieser nimmt den Reiz durch seine Sinne, fühlen, schmecken, sehen, hören, auf und dies führt dann zu einer bestimmten Reaktion bzw. zu einem bestimmten Verhalten des Menschen. So kann menschliches Verhalten erklärt werden. Um das Ganze etwas besser zu verstehen, zwei Beispiele. Ein Kind läuft mit seiner Mutter durch die Stadt. Dann kommt ein süßer Hund. Dieser kommt schwanzwedelnd auf das Kind zu. Das Verhalten des Hundes stellt den Reiz dar. Dieser Reiz wird vom Kind aufgenommen, in der Blackbox verarbeitet, wir haben aber keine Ahnung, was dort genau passiert. Jetzt zeigt das Kind plötzlich eine fürchterliche Angst und will zu der Mutter auf den Arm. Das wird als die Reaktion bzw. das Verhalten beschrieben. Ein Kind bekommt von seinem Opa eine Tafel Schokolade geschenkt. Das Kind nimmt diese an. Jetzt blickt das Kind zu seiner Mutter. Diese sagt nichts. Nur der Blick reicht aus, dass sich das Kind plötzlich ganz höflich für die Schokolade bei seinem Opa bedankt. Der Blick der Mutter ist hier der Reiz. Dieser kommt beim Kind an, löst im Verarbeitungsprozess der Blackbox beim Kind irgendwas aus und durch eine Konditionierung bedankt sich das Kind plötzlich bei seinem Opa. Welche Gedanken, Gefühle, Wünsche und inneren Prozesse bei dem Kind vorhanden waren, interessieren den Behavioristen nicht, sondern nur der Reiz durch den Blick der Mutter und die Reaktion des Kindes. Beim Kognitivismus liegt der Blick genau auf den Prozessen, welche den Behaviorismus nicht interessieren, nämlich den kognitiven und psychischen Prozessen des Menschen. Diese psychischen und kognitiven Prozesse sind sehr vielfältig und individuell. Dennoch halten es Verfechter des Kognitivismus für bedeutsam, auf genau diese Prozesse zu schauen, um menschliches Verhalten zu untersuchen und zu analysieren. Zum Thema Kognitivismus gibt es ein extra Video. Ich verlinke dir dieses gleich in der Endcard. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal